Prima, hier ist er bei mir. Piepere Booty. Wir kennen die doch einen Shotgun. Ja, mach ich vielleicht. Warte, ich bin auf Pulse. Ich suche nach Final. Hier ist einer draußen, zwei Leute. Komm langsam näher. Genau am Fenster. Wo ist der andere? Der andere ist weiter links bei dir. Oh mein Gott, der ist doch dritt von der Tür. Locker, window, locker, window. Ach, Digga. Ja, er ist halt Level 300. 84.000. Ich kann das Game nicht mehr zucken, ey. Warte mal, wir haben nur einen gekillt. Leider down? Weiß ich nicht. Du hast Ace gekillt. Confuse. Confuse dead. Du hast ein richtiger Pulse. Ja, ja, dieser Submarine. Amigana. Nice Jungs, und sowas von raus. Einer ist glaube ich in den Showers drin, bei Locker. Rechts von dir, Hunter. Wehe. Wehe, da ist einer. Warte. Haben noch einen Puls. Da ist vier meine ich. Wie war uns einer, Niggaz? Ah, der ist Yellow Stairs. Einer ist Yellow Stairs. Einer ist hier, der unten. Schon. Twitch, hab sie. Die Füße auch. Yellow. Ja. Das ist Yellow, das ist Yellow. Guck mal wo der andere ist. Der Puls macht ja voll Spaß. Weide, weide, weide hier. Weide hier. Oh, warte, bitte geh nach oben. Bitte. Give me a free kill. Die kommen runter. I'm close. Damn. Give me your fucking money. Hm, die ist ein richtiger Puls main geworden. Die Waffe halt mega scheiße. Ja, wie gesagt, ne? Echt? Ne. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Der ist Lila. Ja. Ein weißes alter. Digga. Was für weiß alter. Sowas wollen wir sehen. Pfff. A6 Mixtape. Junge. Was ist das für ne Scheiße? Also ich glaube ich equipp das aber. Was ist das für ne Scheiße? Der Skinn sieht cool aus. Einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Das sieht cool aus aber. Okay. Mal gucken was wir bekommen aus den goldenen. Das ist Legendary? Digga das sieht aus wie... Keine Ahnung. Wieso ein Season Skin? Das ist übelst wack man. Not gonna lie. Okay. Pfff. Ja. Ich bin runter. Marvin alles bei mir. Alter. Hier. Luggage. 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 Panik. 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 Ich könnte was. Ich könnte was verrücktes machen. Ich hab aber einen gehört. Ich bin stack zu fallen. Ey. Sag mir nicht du hast durch ein Killhole geballert man. Ich hab die Bitch Marvin. Wo ist der? Wo ist der? Ich wirst dich. Wo ist der Typ der dich gefiltert? und der raum mit dem weißen couch ich kann nicht mehr mit oryx hat meine voll action alter das wird mein neuer main hinter bett hinter bett hinter bett hinter bett hinter bett ja ja das ist für die plank zu gehen wir haben eine rotation da drin oh mein gott die mal so ein timing main good job oryx macht ja richtig spaß alter vision macht doch keinen spaß mehr ich stehe 6 1 alter ich war richtiger assassin alter ich bin die ganze hin und her gerannt irgendwo hoch gejumpt nach unten gejumpt irgendwo gegen gerannt durch die wand gedasht links rechts geradeaus ich mache so oryx macht so zack wand kaputt na nee was ist das ist ein blitz what the fuck das da kam schon die mainstags hoch der bug nani hat ein bot an ich glaube ich muss action ausmachen dann habe ich mehr frames pass drauf moment jetzt läuft das auch flüssiger nice nice there is maverick here nice echt schnell j Savior am9 ist so nicht vorhanden ich bin gleich da ich bin beim Presidential irgendwas bei bull hast du oder ist er ich hab's ich meine shark ist was die haben gedrohnt einfach gegen mit einer waffe gegen schießen ach so stimmt nicht dass er sich wenn du ist am puls unten der nicht pulsiert und weg sich wird scheiß drauf gehen wir rein gibt doch kein ich schaue was ich da machen kann was keine ahnung ich weiß es nicht er hat mein leben gerettet der vermeiden schauen ob ich durch irgendein fenster schauen kann kann ich da nicht überdachen uiuiui sie ist bei mir noch jemand irgendwo geplantet oh mein gott sie ist rausgefallen aus dem fenster gut job ja keine ahnung was wir machen sollen ja kein defakt jäger ist tot er liegt einmal ich kann mich trennen er war oben vorhin er war vorhin oben ok hier ist gekastelt äh der kommt west main ist zu müsst ihr mich hören ich geh raus kann ich nicht sehen dass ich von draußen ok gut job ich hab den jäger so oh mein gott digga ich hab ihn so geprefired er muss sich denken ich hack oder so gut job ahh einer ist behind, weint weint wer in hab den nicht zu vorne drauf ist auch ne joke die maier ich hab keine ahnung was war seine schulter wahrscheinlich Maren fliegt raus. Bye bye. Top yellow und back. So weißt du ja kalt hinterm white. Nice, schön. Ich finde schön, wie die dich noch geflamed haben, dass du den last pickst. Echt? Ja. Ich hab die gemutet. Pupdog. Komm Leute, das ist locker, wir neifen den. Junge, die Duka Ebi, guck mal her, wie du aussiehst. Ist die zu wild. Er ist bei mir. Knife ihn. Knife den Hund. Ah, er hat gerade seine Brille aktiviert. Ich dachte, ich hab ihn erwischt, ne? Ich hab damals ein Zipio geschlagen. Lol. Oh, du ist mit dem crazy, increased tornado. I- ... Bis zum nächsten Mal.